Herzlich Willkommen hier bei Wheel of MMA. Am 2. Oktober sehen wir Leo Lauber vs. Peter Njari um den Gürtel im Wheel of MMA Mittelgewicht. Und genau deshalb ist es an der Zeit, die Stärken von Wheel of MMA Titelcontender Peter Njari zu analysieren. Wo denke ich persönlich, hat Peter Njari seine Stärken? Wie wird er diesen Kampf kontrollieren wollen und wie will er am Ende dafür sorgen, dass er den Gürtel in die Höhe hält? Dazu kommen wir jetzt. Viel Spaß dabei. Kurz vorab, holt euch gerne auf jeden Fall noch Tickets für den 2. Oktober. Leute, Live MMA ist immer was ganz ganz anderes. Diese Atmosphäre ist was ganz anderes als zu Hause auf dem Bildschirm. Schaut euch unbedingt mal wieder ein Event vor Ort an. Es ist möglich. Kauft euch gerne Tickets und seid live dabei. Aber kommen wir zu Peter Njari und seinen Stärken. Peter Njari kommt aus dem Tiger Warriors Gym in Braunschweig. Und das ist seit bald 30 Jahren die Anlaufstelle Nummer 1 in Braunschweig für Muay Thai Training. Ja, anfangs war das Ganze Muay Thai orientiert. Mittlerweile wurde daraus aber ein sehr etabliertes und sehr sehr anerkanntes Mixed Martial Arts Gym. Peter Njari hat in seinen letzten Kämpfen gezeigt, dass er es auf dem Boden wirklich drauf hat. Dann werden wir uns sein Rekord ansehen. Dann sehen wir, er hat zuletzt 2 Kämpfe gewinnen können. Beide Kämpfe durchs Ermuschen. Das heißt, Peter Njari hat beide seine Gegner zum Abknopfen gebracht und so gewinnen können. Und genau das ist ja das Spannende. Denn genau das wird vermutlich auch diesmal sein Schlüssel zum Erfolg. Peter Njari hat seinen Gegner sehr schön auf Distanz gehalten. Mit guten Kicks. Mit Kicks seinen Gegner auf Distanz gehalten. Und sobald der Gegner diese Distanz schließen wollte und ihm nahe gekommen ist, hat Peter Njari einen Takedown initiiert, ist zu Boden gegangen und hat diesen Kampf nicht nur auf dem Boden kontrolliert, sondern auf dem Boden dann auch beendet. Und das zeugt natürlich von sehr guten Fähigkeiten. Peter Njari, der diesen Takedown initiiert, auf den Boden geht, dann gibt es einige Positionen wechseln und plötzlich sitzt sein Gegner in der Armbar. Oder in der Guillotine. Oder im Rear Naked Choke. Das heißt, Peter Njari's Arsenal an Möglichkeiten, auf dem Boden seinen Gegner zum Abknopfen zu bringen, ist doch wirklich bemerkenswert. Und ich denke, genau das wird er diesmal auch nutzen. Peter Njari hat eine sehr starke Physis. Das heißt, er ist ein sehr kräftiger Kämpfer, der seinen Gegner auch auf dem Boden kontrollieren kann. Und genau das wird er zu seinem Vorteil nutzen im Fight am 2. Oktober. Ich denke, Peter Njari wird versuchen, nicht nur seinen Gegner im Stand relativ auf Distanz zu halten, sondern gleichzeitig auch auf dem Boden den Finish zu suchen. Das ist keine unmögliche Aufgabe, aber es wird definitiv sehr schwer. Ob er das schafft, sehen wir am 2. Oktober. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wir sehen uns am 2. Oktober in Nürnberg. Viel Spaß. Bis dahin. Ciao.